Die Voltasche Säule oder auch Volta-Säule ist eine von Alessandro Volta 1799 1.800. entwickelte und im Jahr 1800 an der Royal Society in London der Öffentlichkeit vorgestellte Anordnung, die als Vorläuferin heutiger Batterien im 19. Jahrhundert eine große Bedeutung als Stromquelle hatte. Sie besteht aus vielen übereinander geschichteten Kupfer- und Zinkplättchen, zwischen denen sich in bestimmter regelmäßiger Folge Elektrolytgetränkte Papp- oder Lederstücke befinden. Statt Kupfer wurde auch Silber und statt Zink auch Zinn verwendet. Ein einzelnes Element der Voltaschen-Säule wird Volta-Element genannt. Es besteht beispielsweise aus einer Kupferfolie, einer Elektrolytschicht und einer Zinkfolie. Es liefert nur eine geringe Spannung, weshalb in der Säule viele solcher Elemente übereinander gestapelt sind. Dabei ergibt sich die Stapelfolge Kupfer-Elektrolyt-Zink, Kupfer-Elektrolyt und wieder Zink-D. H, Kupfer und Zink wechseln sich ab und der Elektrolyt befindet sich in diesem Beispiel immer zwischen Kupfer und Zink. Bedeutung Die Voltasche-Säule kann als eine der bedeutendsten Erfindungen aller Zeiten eingestuft werden. Da sie als erste brauchbare kontinuierliche Stromquelle die Erforschung der Elektrizität ermöglichte, lange vor der Erfindung des elektrischen Generators. Damit hat die Voltasche-Säule sowohl der Elektrotechnik als auch der Elektronik und vielen weiteren technischen Bereichen, beispielsweise der Galvanik, den Weg bereitet. Ganz besonders wurden intensive Forschungen hinsichtlich der therapeutischen Anwendung des Gleichstromes unmittelbar nach Bekanntmachung der Galvanik-Voltaschen-Säule von zahlreichen Ärzten durchgeführt. Wie zum Beispiel John Wesley, England, Bischof C. H. E. Jena 1801, Grabengießer, Martens Berlin 1803, Golding Bird, London 1840, Duchesne, Paris 1855 oder Remark. Berlin 1858 Die Voltasche-Säule war die erste bedeutende Batterie und ermöglichte die Entdeckung der Elektrolyse und damit die erstmalige Darstellung vieler und edler Elemente, insbesondere der Metall Natrium, Kalium, Barium, Strontium, Calcium und Magnesium durch Humphrey Davy in den Jahren 1807 und 1808. Auch die ersten Versuche zur Nachrichtenübermittlung durch die elektrische Telegrafie wurden erst durch die Erfindung Voltas möglich. Anwendung in der Technik Mithilfe der Voltaschen-Säule bzw. Nachfolgern und damit erzeugten Lichtbögen wurde eine elektrische Beleuchtung mit Bogenlampen realisiert. Bogenlampen sind die ältesten elektrischen Lichtquellen. Johann Samuel Halle und der Brite Humphrey Davy haben den Effekt des Lichtbogens beobachtet und zur Beleuchtung angewendet. Es wurden Messing- bzw. Graffiti-Elektroden eingesetzt, wobei die Graffiti-Elektroden relativ schnell abbrannten. Eine der ersten Anwendungen in der Schiffstechnik erfolgten durch Moritz Hermann von Jacobi, der 1839 in St. Petersburg mit Hilfe einer liegenden Voltaschen-Säule und einem von ihm entwickelten und gebauten Elektromotor das erste Elektrobootantrieb. Die Versuche wurden auf St. Petersburger Kanälen und der Neva durchgeführt und von einer staatlichen Kommission abgenommen. Funktionsweise Bei der Voltaschen-Säule handelt es sich um eine Folge von in Reihe geschalteten galvanischen Zellen. Am negativen Pol, der hier Anode ist, da hier die Oxidation stattfindet, geht das unedlere Metall in Lösung, das Zinkplättchen löst sich auf. Jedes Zinkartom, das als Zinkzonen in Lösung geht, gibt zwei Elektronen ab. In der Zink-Elektrode entsteht so ein Elektronenüberschuss. Weshalb sie den negativen Pol bildet, an der positiven Elektrode, der Kathode, da hier die Reduktion stattfindet, sind mehrere Reaktionen möglich. Handelt es sich um Kupferplatten, die nicht poliert wurden, sind sie mit einer Oxidschicht bedeckt. Dann läuft zunächst die Reduktion ab. Diese kann auch erfolgen, wenn das Kupfer aufgrund der Anwesenheit von Luftsauerstoff in Lösung gegangen ist. Die Voltasche-Säule funktioniert aber auch, wenn poliertes Kupfer oder Silber als Elektroden verwendet werden. Wenn also gar keine Kupfer- oder Silberionen vorhanden sind, dann wird Sauerstoff aus der Luft am Kupfer oder Silber reduziert. Verwendet man anstelle eines neutralen Elektrolyten einen sauren, so werden am Kupfer- bzw. Silber-Wasserstoffionen reduziert. Die Wasserstoffentwicklung erfolgt nicht nur an der Zink-Elektrode, weil Wasserstoff an Zink eine deutlich größere Überspannung hat. Als an Kupfer oder Silber ein wesentlicher Nachteil der Voltaschen-Säule ist durch den vertikalen Aufbau in Form einer Säule bedingt. Durch das Eigengewicht der aufeinander gestapelten Metallplatten werden die zwischen den Metallplatten eingelegten und mit Elektrolyt getränkten, weichen Papp- oder Lederstücke zusammengepresst. Dadurch wird der flüssige Elektrolyt, insbesondere im unteren Bereich der Säule, nach außen gepresst und die Batteriekapazität der gesamten Anordnung reduziert. Die technische Weiterentwicklung der Voltaschen-Säule aus dem Jahr 1802, die diesen Nachteil vermeidet, stellt die Druckbatterie von William Kruig-Schenk dar.